Willkommen zurück! Wir müssen noch schnell die Karre von den Diakos Ritterinnen schicken. Wir sind schon wieder am Pay & Spray vorbei gefahren. Jetzt bloß nicht zu viele Unpelle bauen. Nicht, dass die Karre gleich in Flammen aufgeht. Oder schickt der uns jetzt zu den Pay & Spray in Fortland? Nee, oder? Nee. Die Karre von der Köln und Spray in Fortland Ja, der ist kalt. War das die? Ja, das war die Gasse. Hallo, ich brauche ihre Autokarre. Ich frage nicht gerade, ob ich nicht auf dieser Straße über die Brücke komme. Obwohl, eigentlich müsste das wenn eher in diese Richtung sein, oder? Hier ist aber keine Brücke. Vielleicht jetzt nach links, das werde ich mir irgendwie langsam mal merken. Wo ist die nach? Ja, ok. Ich muss nach Portland gehen. Weil so rum dürfte es jetzt kürzer sein. Huiiii, oh oh. Das wird Mist. Schnell weg. Und ich gehe lieber nach da unten, weil ich möchte nicht angeschossen werden. Wir haben nämlich auch keine Schutzweste dabei. Okay. Wie? Okay. So, hoffentlich packen wir das. Oh, Mann. Fahren wir halt in das Hauptquartier von Dien. Hier sind ja keine Wachen. Schön mittig, Felden. Und jetzt, ciao. Ich glaube, jetzt war ich nur wieder falsch. Okay, also gleich wieder zu Play-On-Spray rüber. Okay. 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 So, da sind wir schon wieder und dann haben wir die Mission auch gleich erledigt, die etwas länger war, aber auch nur, wenn man so ewig viel Fahrzeit hat. Und wir haben fast eine Million Dollar, ich nehme mal an, dass irgendwann wieder eine Mission kommt, wo wir entsprechend viel Geld brauchen werden. Oh, ich denke, da ist eine Pille drin. So, Mission erfüllt, 10.000 Dollar, wollt ihr mich verarschen? Alles Geizkragen, ja. Hallo? Aber ein Müllauto wird jetzt nicht unbedingt haben, obwohl... Nein! Nein! Nicht, dass das eins von der Liste ist. Schnell hinterher! Gib mir deinen Müll! Ja, sicher! Gib mir deinen Müllauto! Ja, sicher! Gib mir deinen Müllauto! Und mit super Geschwindigkeit geht's jetzt ab nach Portland! Cool! Okay! Wieder ein Fahrzeug erledigt dann! Könnt ihr jetzt mal fahren, bitte? Oh... Oh, wo war das denn? Ich muss hier raus! Oh... So, und das nächste Auto abgeliefert, kommen wir auf. So, jetzt bleibt noch der Mool und der Rumpo, wo ich keine Ahnung habe, was das für Fahrzeuge sind. Und dann noch Mr. Whoopi und das Sicherheits-Eudo und der Dodo, das heißt fünf Stück haben wir noch vor uns, drei weiß ich zumindest wie sie aussehen, bei den anderen zwei nicht, wobei mir das Aussehen auch nicht hilft, wenn ich sie nicht finde, beziehungsweise einfach nicht bekomme, wenn ich sie dann finde. Ich frage mich, ob das wie bei Vice City ist, ich glaube da waren drei Listen, wenn man eine abgearbeitet hat, kam die nächste, ob das hier dann genau der gleiche Fall ist oder ob das bei der Einliste bleibt. Und in der nächsten Folge würde ich gerne noch was anderes ausprobieren. Und zwar nämlich eine Rettungsmission, also die Krankenwagenmission. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, dass wenn man irgendein bestimmtes Level da recht hat, dass man dann mehr Gesundheit bekommt. Aber vielleicht auch nur ein Herz beim Speicherpunkt, keine Ahnung, beim Unterschlupf. Das werden wir dann vielleicht feststellendes Problem. Oh je, nein, nein, oh. Nein! Steck aus! Fuck! Bleib stehen! Nein! Es kann einfach nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Pech? Was ist das für ein Pech? Das ist verflucht. Das ist einfach verflucht. Nee, ans Telefon geht jetzt nicht. Ich bin bockig. Scheiße, Mann! Oh, da war ich echt zu dämlich wieder. Kacke, 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 kacke. Ach, egal, jetzt. Der Pech hier stehen. Okay, danke. Dann machen wir jetzt nämlich mal ein früheres Folgentäuschen, weil das Ganze nämlich auf Zeitfunktion occult. Ich will doch schon mal aus dem Krankenwagen raus, also aus dem Haftplatz raus, nicht aus dem Krankenwagen raus. Kommen wir hier durchgedüst. Wie komm ich denn ansonsten eigentlich auf den Hof? Das wird doch sicherlich noch irgendeinen anderen Eingang geben, oder? Hier rüber? Okay. Nee, doch nicht. Ich kann doch nicht jedes Mal so umständlich nach da hinten fahren, das ist ja dämlich. Sieht aber ganz so aus, als ob ich das müsste. Jo, okay, dann machen wir hier den Folgenpäuschen. Spitze. Ich bedanke mich. Bis dann.